Hallo an die Geräte zu Hause. Heute mal für All4Shooters unterwegs und ich habe heute die große Ehre dieses Gerät hier vorzustellen und zwar ist es das K318i von Carles. Carles sagt selber von diesem Produkt, dass es erlebbare Perfektion. Hier hinten haben wir den Dioptrienausgleich, geht sehr leicht. Dann haben wir hier die Vergrößerung, geht auch sehr leicht und flüssig. Dann an der Seite die Seitenverstellung, arbeitet sehr präzise. Dann haben wir hier oben die Höhenverstellung, ich hoffe man hört es, die Klicks. Etwas untypisch, der Parallaxausgleich befindet sich hier, also direkt da drunter unter der Höhenverstellung und dann haben wir hier auf der anderen Seite das beleuchtete Absehen. Das K318i von Carles wurde als taktisches Zielfernrohr entwickelt. Was wir hier haben ist kein typisches Jagdglas, Jagdzielfernrohr. Ich denke aber trotzdem, dass das für den einen oder anderen Jäger, der auch auf sehr sehr hohe Qualität Wert legt, eine echte Alternative ist. Das K318i ist für den Gebrauch auf kürzeren Waffen gedacht, währenddessen wir das K525i, welches wir im letzten Jahr vorgestellt haben, doch eher auf längeren Waffen zum Einsatz kommt. Die Anordnung der Bedienelemente ist intuitiv erfassbar. Die wesentlichen Informationen an den Türmen sind auch in jeder Schussposition leicht lesbar. So kann sich der Schütze auf das Wesentliche im Wettkampf konzentrieren.